Wir sind hier im Karibus. Es ist eine sehr schöne Landschaft hier. Wir wollen hier reiten gehen und es geht jetzt auch schon los. Los geht's. Aufregend, auf jeden Fall. Obwohl ich ein Schiss habe. Es war richtig aufregend, mit den Tieren zu reiten. In der Vergangenheit hatte ich eher nicht so gute Erfahrungen mit Pferden, aber das sind alles so liebe Tiere. Hat nicht gut funktioniert.